Hey, ich bin Daniel aus Deutschland und wir waren heute in Dolphin Marine Magic in Coffs Harbour. Und es war ein ganz cooles Erlebnis, weil zum einen haben wir eine Delfin- und Robben-Show angeschaut. Das war sehr interessant. Es ist schon erstaunlich, was man mit Training alles erreichen kann. Also die Delfine haben Saltos und Schrauben und alles Mögliche gemacht. Ich hatte sogar das Glück, dass ich einen Delfin füttern konnte. Das ist ganz cool, so etwas mitzuerleben und es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben dann auch noch die Robben für uns gemalt, im Bild. Das ist total witzig, wie die mit ihrem Pinsel dann so hin und her. Und wir waren auch noch ganz nah an den Delfinen. Also ich habe auch einen Delfin gestreichelt und der fühlt sich ganz anders an, als man es erwartet. Aber es war trotzdem eine ganz coole Erfahrung. Und was auch noch richtig cool war, ich habe quasi von Robben und von einem Delfin einen Kuss auf die Backe bekommen. Und da habe ich auch ein kleines Andenken dabei und mein eigenes Foto mit Delfinkuss.